Ja Leute, wenn ihr hier so am Sporn weiter stehen bleibt, werdet ihre Klasse von der G. hat weggebommen. Nein! Drin bleiben! Nein! Help! Möchten Sie umbuchen? Möchten Sie in die erste Klasse umbuchen? Nein! Das war Windows XP! Windows XP umgebrochen! Ich würde gerne in die erste Klasse umbuchen! Ich hab kein PC mehr! Ist kaputt! Wollen wir reparieren Sie ihn bitte! Dass wir wohl nicht gehen, da ist ein Ecke rauszuwissen auf einmal! Auf einmal! Das war doch so gut, dieser Ted! Oh ne, den Fahrschlupfen muss ich nicht! Nauerstall will ich da weggehen! Nauerstall will ich da weggehen! Oh Luke! Nauerstall will ich da weggehen! Brauchst du noch ne neue Rocket, eSQ irgendwas? Ja! Ist die Rocket eSQ VV? Team Rocket! Wie viel kostet die? Fernseher? Mit 177.000 Euro! Guten Tag! Hallo! Ja, da bin ich zu abends! Komm, lass Fernseh gucken! Die iSQ FX braucht keine... Weiß zwar nicht, warum hier ein Fernseher ist, aber naja! Falls du die Treppe runter gehst, ne? Dass du kurz Fernsehen schauen kannst! Ich wollte wissen, was in dem Raum ist, aber das ist nichts! Error! Welchen Raum? Welchen? Wenn du nach oben gehst und meine Tür noch machst, da ist nichts drin! Toll! In der Umkleide ist das! Scheiße ich mal! Drecksflugzeug! Nie geht hier was! In der Umkleide? Loll! Loll! Was ist das hier? Du kannst hinten mal in den Umkleiden, dann kannst du reingehen! Dann kannst du mal wieder raus! Loll! Hallo Fox! Ich schieß nicht! Auf jeden Fall seid ihr alle hier? Wieso schießt ihr? Die jetzt hier auch? Nein! Hallo Markus! Hallo! Ähm, Achtung die Tür ist offen! Welche Tür? Achtung die Tür ist offen! Geht einfach erstmal in die Richtung! Boah! Da hat gerade einer geschossen! Ja! Wer hat da gerade geschossen? Die Stimme aus dem Ort geschossen! So! Ja! Tens auch was wieder hinsetzen! Ja bitte! Boah! Schöne Idee! Ich muss aber jetzt vorne sitzen, ich hab da Angst! Schau mal kurz alle anderen dahin kommen, wo wir immer die Klasseausflüge machen! Ja! Du kannst nicht nur was zu trinken mit, genau! Er sieht aus wie so ein Seitenspender! Soll ich die anderen beiden? Ja, das möchte ich auch gerne mal! Dennis ist Spectator! Ja und ich geh mal kurz auf Toilette! Zu viel Information! Hier klettert einer rum, guck mal! Oh! 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 Kannst du mal dein Kopf müssen weiter aus dem Bodenohr strecken! Auf! Die gute Idee! Oh Mann! Das war zu easy! Äh! Ich dachte mir gerade, warum wäre ich das Ganze geblockt! Ich hätte mal echt interessiert, ob ich dich durch den Boden hätte anschließen können! Ja, ich habe die ganze Zeit gewundert, dass diese scheiß Tore hier nicht aufgehen, die Gitter. Ja, das war eine erfolgreiche Runde für den Teddy hier. Wir sind Eddie. Wir sind Eddie hier. Wir sind schnett und wir rinken. Ja, einfach mal hinter euch, einfach mal. Ja, hier, die stehen hier auf dem Tisch und lassen wir die vorbei. Da, auf der A2. Halt, stopp, halt, stopp. Schon wieder Windows kaputt gemacht. Ah, ich sehe nichts mehr. Der Rechner ist abgeraucht, Ed. Fox, wo bist du? Weitergelaufen. Ist das eine Tastatur? Bleib kurz stehen. Wo bist du? Wo bist du? Ich muss mich nur erschießen. Nein, ich nicht. Schwöre. Hier, willst du zu deinem Haus noch die beste Tastatur haben? Nein, hinter dir sind wir Markus. Hallo. Da! Die Tastatur muss da werden. What the fuck, Luke? Du hast doch gerade geschossen. Ja, ich habe auf die Tastatur geschossen. Dann hast du die Tastatur gehauen. Ja, okay, okay, bring mich um. Hast du einen innocent weniger? Nein, nein, der schlitt mich. Ja. Luke, kurz detektiv. Was machst du, wenn Luke traitor detektiv ist? Die benutzt du jetzt. Hihi, kommt, tut mich, kommt. Lol. Darf ich jetzt nicht? Schwierig muss sein. Was heißt, die anderen? Warte mal kurz. Da sind noch mehrere Leute das Problem. Also, wenn Dennis nicht redet, denke ich mal, dass er tot ist. Dennis ist auf dem Klo. Trotzdem ist er tot. Wir sind nicht hier. Das eine könnte mit dem anderen in Verbindung stehen. Ich glaube, ich lebe ja noch. Das Shooting is not a reality expression. Warum lebe ich denn noch? Ach. Weil keiner was getan hat. Das ist aber nett. Oh, jetzt habe ich einen Rechner umgebrochen. Hallo, Dennis. Hallo, Luke. Mach ich dich verbrauchen? Ja. Ja. Luke, wo bist du? Ich bin bei Dennis. Nein, das steht unter Strafe. Wo ist das? Äh. Habe er Dennis vertraut? Ja, hat er. Geh doch auf, scheiß Barstolk. Unterziehen wir ihn der peinlichen Unterfragung. Das ist Dennis. Hallo. Das ist der Nächste. Oh, ich bin alleine mit den beiden Schwächern, glaube ich. Ja, genau. Nein, bist du nicht. Hättest du nicht, hast du schon Luke erschossen? Ich hätte dem gerade Luke auch erschießen können. Ja, da war kein anderer dabei. In dem Moment war doch kein anderer dabei. Jetzt schießt dir irgendjemanden stumpf rum. Ich will ihn auf zu dir. Ich will ihn auf zu dir. Ich will ihn nicht stehen bleiben. Vor allem nicht zwischen euch beiden. Ich geh jetzt wieder zum Fuß. Das ist mir echt. Uah, Ted, komm mal anders lang. Uah, meine Uah. Was macht ihr mit dem Fahrstuhl? Ich will nicht. Ich will ihn unterfahren. Solange bist du irgendjemand C4 reinlegt. Ich will nicht mehr mal zwei Minuten, Afka. Also, falls die Runde schnell vorbeigeht, töten mich nicht am Swarm, bitte. Glaubst du, würde ich nicht. Ich will nicht. Ach, hier ist er tot. Wer bei mir reinkommt, stirbt. Irgendwann sich haben wir nicht. Oh, Ted, wieso bist du eigentlich immer da, wo ich lang gehen will? Wenn du doch einen Radarpunkt hast und immer zu mir gehst. Das ist gar nicht wahr. Hallo, Ted. Das ist, wenn das... Oh, jetzt wird es aber. Ha, ausgetrickst. Du, wo bist du denn? Ja, steckt. Ja, aber ich bin doch innerstensicher. Folge den Schüssen. Weil sie nicht überall blutet. Ich bin sicher. Ich habe das Gefühl, dass Luke bei mir in der Nähe ist. Ich höre ihn auch. Bist du irgendwie so unter der Gitter? Luke, bist du in der Kleinkabine? Ja. Nimmlich weit unten? Ja. Ist da auch Eis und so? Nein. Ist da auch Honig und Kuchen? Ja, cool. Ist das? Bei mir Honig und Kuchen. Warum hast du gerade gesatzt? Oh, nein. Luke, ich glaube, ich bin unter dir. Ich kann die Tür aber nicht aufmachen. Unter du kannst... Ja, doch, klar. Es können nur Traitor öffnen. Du musst mit dem Fahrstuhl und dann denkst... Oh, Gott. Es können nur Traitor öffnen. Wie ist Luke da reingekommen? Den anderen Weg. Ja, ja. Ey, mein Fahrstuhl kommst da rein. Aber die holt den Fahrstuhl immer wieder weg. Luke, komm mal kurz raus. Und geht zum Fahrstuhl. Wobei... Ne, warte, der öffnet sich jetzt. Sollte. Der ist unten. Aber der öffnet sich nicht. Hä? Du bist ja nicht immer noch da, wo wir vorhin uns getroffen haben. Oder habe ich den geschlossen? Man weiß es nicht. Woanders. Okay, Fahrstuhl ist in der Mitte. Also, ja, nee. Luke, komm zum Fahrstuhl. Der ist gerade nicht da. Nein, ich komm. Du kannst mich eh nicht abschießen, oder? Ich dich. Bin ein bisschen sicherer als du. Ich bin egal, Watson. Ich glaube, die kommen hier unten nicht rein, weil ich denen zugemacht habe, oder so. Wer darf? Habt ihr mich jetzt doch weggemacht, ihr Arschköpfe? Weiß ich nicht. Hast du weg? Die Runde ist noch nicht vorbei. Nein. Ja, deswegen leben ja auch alle wieder, ne? Ähm. Das leben alle immer noch. Ich hab, äh, Dennis noch getötet. Boah, bin ich ein krasser Innocent. Bring mir die Leiche, Tän. Ja, aber du musst mir irgendwie helfen. Wo bist du denn? Ja, ach. Hab ich doch schon tausendmal gesagt. Luke ist ja... Hä? Alter, Alter. Hier, siehste? Da steht definitiv Traitor. Könnt ihr nicht lesen? Ich weiß immer noch nicht, wie man da hinkommt. Warte, ist der Traitor unten? Nein, ich bin unten. Also, ich weiß, du bist ja sicher auch, ne? Ja, ich versteck mich die ganze Zeit in so einem kleinen Käfig. Sehr gut. Sehr gut. Das sollst du weiterhin einfach tun und feige sein. Ich bin zwar Traitor, aber ich bin Tateligan. Hallo! Ah, man kann mich ja durchtreffen! Oh, man kann mich ja hier durchtreffen! Ich bin so am Arsch! Am Arsch, 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 am Arsch. Das war übrigens gerade mal wieder letzte Sekunde, ne? War so ne Frage. Was ist eigentlich los, dass jetzt bis zur letzten Minute noch fast alle gelebt haben? Weil Dennis erst relativ spät dazu kam und ich noch nicht mit dem Massaker anfangen wollte. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Ja, Runde vorbei, ne? Runde vorbei, würde ich sagen. Warum? Kannst du die Tür nicht aufmachen? Nee, ich kann die nicht aufmachen. Ich kann ja nichts mehr machen. Hier unten ist es vorbei. Äh, was so? So nah an den... Hau mal! Es wäre besser, dass Fox-Landoff gestorben. Oder steht mir jetzt gleich. Wenn wir eigentlich mal ein geiles Ende gewesen wären. Und dann zu spät. Ah! Also damit Stefan auch weiß, worum es ging, ich saß unterm Aufstuch fest und der ist ganz langsam runtergekommen. Der fährt aber echt lange bis nach Raven so unten, ne? Hm, helf dich hier, ey. Naja, wir fliegen ja auch, also... Oh, mein Versteck liegt nicht mehr, das ist mir doch nicht sicher gewesen. Ach, was? Ah, der kann mich ja anschließen. Wo warst du denn drin? Äh, ganz unten, wo du vor der Tür standest, war rechts im Gitar. Los, los, gib mir, gib mir. Gib mir die... Hä? Hallo, du. Gib mir die goldene Liege, komm, ich bin jetzt wirklich drauf. Ich bin innocent. Los, kann ich nicht... Alter, Tett, sie ist mir ab! Shit! Warte mal. Tett? Fox? Einer von beiden. Achtung, der Konditrator ihre Näherungsgeschütze machen. Ihre was? Näherungsdinger. Die können den Raum abnehmen und da kommen dann so Sentryguns raus. Hier? Warte. Hallo? Äh, das ist ein Fernseher. Guck. Hä? Hier dürften dann da so Sentryguns rausfahren und dann machen sie bumm. Komm mal her, hier ist Musik. Wo? Hier, ich will keine Musik. Malte. Komm, lass ein bisschen chillen bei der Musik. Hast du das? Was denn jetzt? Hallo, Markus? Hallo. Oh, äh. Scheiße! Hinter dir, hinter dir! Nicht dich! Hinter dir, da ist Tett! Ja, dann tut's mir leid. Ich bin fast tot jetzt. Äh, Luke ist tot. Äh, hä? Die, Markus ist auch noch und? Ähm. Ne, oder? Oh, da hinten liegt ja auch jemand. Ach, Gott, nee. Oh. Ich bin, ich bin den Traitor allein. Nee, warte mal, die darf ich nicht benutzen, oder? Ganz böse. Fick dich, Tett, fick dich, Tett, fick dich, Tett. Warum macht ihr sowas? Der hat ja gar nicht wiederbelebt. Ich bin eh nur, das ist ein Detektiv. Was ist gut? Ähm. Warte. Nein, das wollte ich doch gar nicht kaufen. Ich bin auch dumm. Ach, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Hier. Er kommt. Ja, er kommt trotzdem. Einfach alles drücken. Das habe ich übrigens mit der Endfiganz gemacht. Ich kann, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich wusste wohl, was das ist. Dennis, deine Kombinationsgabe ist legendär. Hm. Der Detektiv wurde getötet. Der ist bestimmt Traitor. Ich habe nicht gewusst, dass du Detektiv warst. Du hättest ja mal nachgucken können. Ja, hätte man. Das ist auch geil. Alle kommen dann nach und nachher. Ich mache die Tür aufschießen. Sogar zwei, äh, hier zwei. Ich konnte ganz gut alle nachher anschießen. Das ist wohl ein Problem, aber. Und die Sandvier hat sich in mich reingepackt. Ja, du kannst mich nicht mehr bewegen. Du hast ja auch direkt in. Danke. Der Sentry kannte ich wohl, aber ich muss mich ja irgendwie tarnen, ne? Danke, jetzt habe ich nur... Oh, da ist einer schon. Oh, what the fuck, hier ist er in der nächsten schon. Oh, oh. Oh, noch, Alter. Walter macht das immer, wenn er Traitor ist. Oh, ups. Oh, was ist er? Hallo, Luke. Ender, du kommst ganz zurück zum Span. Hallo, Luke. Dann haben wir ein bisschen Spaß. Oh, Leute, wir haben ein Problem, wir haben keine Piloten. Oh. Wo sind die denn? Egal. Was? Hallo. Haben sie jetzt was zu bestellen? Ja, Markus. Dennis. Ja, Markus. Ja? Ja. Nehm. Nicht aus der Hand nehmen, sonst mach er bumm, bumm. Kopp, kopp. Da hinten ist deine, falls du willst, kannst du ihn auf ihn schießen. Ich weiß nicht, das war jetzt noch nicht so auffällig. Ist deine Sache, auf wen du schießt. Ich teppe nicht dabei. Wo sind denn die anderen beiden? Hast du ein Radar? Nee, ich, hä? Wie soll ich denn Radar-Möglichkeiten hinter irgendeinem GoldenEasy? Ich hoffe, ich weiß nicht. Sollst du sehen, sind jetzt noch andere drei. Luke, komm, wir gehen auf Reisen. Okay. Ich hab nicht geschossen. Ich war ganz gut. Ich hab dir gesehen. Ja, ich will auch noch verharmt. Und ich hab die Goldene Idee. Hier ist keiner. Ja, ich weiß. Ja, du warst es ja nicht. Keiner von uns beiden war uns reinbar. Mann, die kann man nicht mitziehen. So, ich nehm die Mikrowelle mit. Da ist ein Koffer. Da ist ein Koffer. Oh. Okay, wo wollen wir hin? Äh, Florida. Ja, Florida. Okay, lass uns den Platz nehmen. Hier, Sachen verstauen. Tut mir wenigstens. Ich weiß, wie gemein das war, aber das muss das sein. Alter, tut doch rein. Warte hier, spring auf mich. Hey, 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 hey. Ich hab die Goldene, Diegel. Ja. Diegel ist im Game Shit. Ja. Wie, 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 hinterrückt. Oh, du Arsch, Alter. Mann, mit einer Diegel. Geh zu Markus und hab eine Diegel in der Hand. Oh, hier hast du eine Goldene. Mann, Mann. Wieso tötet ihr mich? Äh, ich hab, ehrlich gesagt, ich hab nicht den einzigen Schuss gehört, ne? Ich hab den Diegel Schuss nicht mehr gehört. Ich hatte, ich hatte echt gehofft, dass du den nicht gehört hast. Ich hab den auch nicht gehört. Ich hab ihn ja auch nicht gehört. Deswegen hat's mich ja auch gewundert. Das, das wundert mich jetzt aber extrem, weil Dennis ist ja nur, ne? Klapp-Vorteppler. Ja, hier, der ist einfach... Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hatte gerne, dass mein Flug umgebucht wird. Boah, ehrlich. Alle, 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 werden sie wieder erschossen. Nein. Ich hab drei davon gekostet. Du hast die Bitsch, die kaputt gemacht. Aber Fox, geh, geh, tschi, tschi. Das war echt der Hammer mit Markus. Ja, Alter, was soll ich dagegen tun, ey? Der hat's doch nichts gekostet. Alter, wie klein die Clubs hier sind. Hä? Nee. Ey! Ja. Bist du in Privatsphäre? Gibt's nicht. Nimm den Traitor. Darfst du? Woher weißt du, dass er Traitor ist? Weil er mein bester Freund ist und erst mir gerade gemailt hat per E-Mail. Ja. Dann war er aber ganz schön schnell. Hä? Ihr könnt schnell tippen. Wie ne Kraft-Mail. Wie ne Kraft-Mail. Wer hat alles in Shotgun? Ich. Gib mir mal, Muni. Äh, Z war's, oder? Mhm. Witzigerweise habe ich nur 8 Schuss drin. Danke, reicht schon. Alles gut. Komm, Luke, lass uns wieder die Sachen packen. Wo bist'n du? Hallo. Hey, Markus. Da, wo wir gerade auf waren. Oh, schöne Basis. Da haben wir mit dir geschossen. Ja, ich habe auf die Vaser geschossen. Ja, Markus hat auf die Vaser geschossen. Ich war dabei. Ich bin Detective und ich bin total toll. Gibt's hier Mülleimer? Detective, sag mal, wir müssen auf mein Zimmer gehen. Hey, Ted, Ted, ich hab was für dich. Ah, bitte sitzen wir auf. Ja, könnte sein. Egal, das hier wird, das ist der Mülleimer. Ich will jetzt nicht. Oh, natürlich hat die Klappe aufgemacht. Trotzdem Angst hier. Es gibt zu vielen Leuten. Telephone. Irgendwas aktiviert, glaube ich. Ja, der aufzu. Achso. Krass. Ich hab nur gerade das Ding gehört. Markus, lass uns noch mal tanzen wie damals. Warte mal, wer ist da hinten? Wunderschön. Wo wirst du? Alter! Ja, komm, erschieß dich, Ted. Lass mal was auslassen. Drück dich mal. Oder nicht, Ted, ne? Dann traust du dich mal, ne? Hä? Was ist das so? Jetzt trau ich mich nicht mehr. Aber warte mal. What? Nein. So ein Arsch. Ich bin übrigens bei Markus, wenn ich nicht tot bin, ne? Aber... Ja, ja, nein! Oh man, okay, das passt nicht. Oder mach mal zu. Das ist sofort. Warum hat sich Ted jetzt einfach abgeschossen? Ja, weil ich hinterher zusammen mit der Siegel und Ted einfach ausgerastet ist. Ja komm, Ted, jetzt bringst du Ende! Bringst du Ende, Ted! Nein! Jetzt bringst du Ende! Komm, ich hab noch 32! Ne, 22 sogar! Warum denke ich, dass ihr beide das seid? Ich hätte euch beide schon hören können. Ich bin grad bei Luke. Ich hab jetzt bei Luke. Komm, Ted! Bring es zu Ende! Komm, ich darf jetzt anholen. Ich darf jetzt holz das hinter dir her. Bring es zu Ende, Ted! Bring es zu Ende! Bring es zu Ende! Lalalalalala! Geh! Komm, geh! Auf Alt! Mit Alt! Gut. So. Oh, wer ist denn hier? Das sitzt hier auch gar nicht. Hey! Geh weg, Hera! Ähm, ist denn gerade das Ding aufgemacht worden? Ja. Hä? Da bin ich aufgemacht. Alter! Lass mich mal hier weg! Alter! Boah, diese Ordnung hier, ne? Guck mal, die linken Koffer einfach hier. Es ist Handgebäckes. Luke, bleib da! Okay. Hä? Warum bist du so hingehebt? Das ist doch blöd! Weil ich vergesse da, wo mein Makro war. Was, Luke? Du bist zu fett. Du bist zu fett. Ihr angebissen Orgernenschein. Luke, wir sind immer noch hier. Kommt, dann schießt du auf mich! Dann schießt du auf mich! Iiiiih! Kommt, dann mach mich kalt! Was, wir rücken mal helfen! Oh, ne Schildkröte! Kommt, dann mach mich kalt! 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 Okay! Aber dann erschießen die mich gleich! Was machen wir hier mit der Flasche? Ist die noch voll oder leer? Was meinst du? Macht die! Macht die da drin? Darf ich mitmachen? Warst du ganz Spaß? Nein! Ich will mitmachen! Oh ja! Ich hab nen Leck! Dup, dup, dupi, dup! Ich halt hier draußen Wache! Du opfass dich, falls einer kommt, ne? Achso! Ich weiß nicht, ob er da läuft, wenn der menschliche Schild... Ich hab grad ne schöne Flasche Schind gefunden! Genau! Den Mülleimer! Ich halt hier draußen Wache, ne? Mhm! Dann werden gleich Jäger weggebombt! Oh, die Mütze, die verstauen wir! Oh, der Koffer kommt mir entgegen! Darf ich auf jeden schießen, der mir begegnet? Von mir aus, mach doch! Hier doch nicht! Oh nein! Hier ist ein Sentry angegangen! Markus ist es! Markus ist es! Über uns sterben gerade Leute! Komisch! Mein Gott, wie viele Sachen ich jetzt habe! Ähm... Sorry, wenn ich jetzt rede, obwohl ich tot war... Hat sich die Sentry bitte aktiviert? Oh, das gibt's doch nicht! Hab ich auch nicht gesehen! Lacka, lacka! Sauber, Ted! Richtig sauber, oder? Der war richtig nice! Ähm... Wie hab ich das überlebt? Hm... Was gibt's doch nicht? Oh, ich hoffe, Ted hat richtig viel Karma abgezogen gekriegt für den Schuss! Ach, Mann, ey! Ach, die kann man mit E öffnen! Oh! Oh! gut! Hmmm... SAYS gut ist sehr schwer Du musst erst auf einen von den linken oder rechten Ding dann, genau, ne? Oder auch nicht. Nee, das ist ruhig direkt, sonst geht das nicht. Oh Gott, ey, ich hab' genug. Man muss schon auf so einen Teil drauf. Das sehen wir wieder, Luke ist einfach zu fett. Ich hab' Angst. Deffen, da war ich. Oh, jetzt Ding dann zu essen. Scheiße, ich komm hier nicht raus. Doch, 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 doch nicht. Du? Oh, knapp. Spannung fuhr. Er macht sich selber seine Spannung. Hey, er hat mir auch geholfen, Ted. Ja, also. Oh, oh. Der Nussrin. Oh, oh. Er kommt nicht schnell gut weg. Das geht immer nur, wenn C4 kurz davor ist, er explodiert. Da! Ach, da. Ähm, wie kommt man hier durch? Gar nicht. Wow. Luke, wie lange machst du jetzt da drin? Zu lang. Okay, Minuten, 20. Wir hatten auch noch mal ne Runde, wo ich da drin war. Wo du halt C4 gelegt hast. Ja, ich weiß. Ja, die C4 ist explodiert. Ja, alles überlebt. Ich hab mich, ich hab mich einfach in das DVC4, glaub ich, teleportiert. Ach ja, ist ja gut jetzt. Aber echt jetzt, wo aktiviert sich bitte die Sentry Gun? Die ist, äh, hinter der, äh, Wand, die da ist. Oh Mann, ey. Bist du noch da, in dem Raum? Hallo Luke. Äh, ich dachte, die kommt. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Töte mich. Hier rein. Okay. So, die geht, die ist hier in der Ecke. Da, das da. So. Und ich stand hier so, guck so in dem Augenblick, sieh auf einmal, dass ich da bewege, geh nach vorne und schieße. Kann das irgendwas? Das? So. So, bitte irgendjemand die Sentry Gun? Hallo. Lass mich, ne. Ach ja, die ist schon lustig. Oh, ich wie Punkte ich habe. Ja, Wolf bei mir. Ja, tausend. Das schießt jemand. Oder auch nicht. Wie er sagt, wie viele Punkte er hat, ne, ist aber immer noch der, der lebt, ne. Das, der wird, die, das kam als, weil ich links angeschossen habe, die letzte Runde. Wo ich immer auch keine künftige Erklärung für habe, wer hier so. Weiß ich auch nicht. Wow. Ich bin die ganze Zeit hinter dir. Nix mehr. Ja, aber es war geplant. Hallo. Dennis. Hallo. Dennis, was willst du hier? Übrigens ist noch jemand hinter dir. Was? Markus ist auch noch hier. Jetzt sind Dennis und Markus bei mir. Hä? Der ist da hinten auch noch. Der ist auch noch Ted. Der ist auch noch Ted. Der ist ja noch schlimmer. Ja komm, Markus, dann hier, ne. Gollendiegel. Schieß mich an. Los. Ich trau mich aber nicht. Los, schieß auf mich. Komm, das ist bestimmt ein Verdacht. Sonst bist du das, Markus. Markus, schieß auf mich an von den beiden. Los. Schieß auf mich. Die stellen sich aber so hin. Schieß auf mich. Die wollen angeschossen werden. Schieß auf mich. Ja, dann mach doch. Er hat das wirklich nicht so sehr. Was will dein Ding schießen? Schieß auf mich. Die Sentries sind angegangen, die Sentries. Da. Wer hat die Sentries angemacht? Ich weiß nicht. Warte. Kontrollieren, kontrollieren. Dennis ist das egal, weil er weiß, dass Dennis das ist. Ich dachte, dass du Fox getötet hast. Ich hab's überlebt. Keiner hat mich getötet. Ich hab's überlebt. Einfach nur Genius. Dennis. Hä? Okay, Markus war auf jeden Fall Traitor. Luke. Okay. Deswegen gut, dass ich ihm die Goldene Diegel gebe. Ja, Dennis und Luke. Ihr beiden seid die Letzten. Mit Malte. Auf Luke. Luke hat gerade den Fehler gegeben. Er wollte mich anschließen. Er wollte mich anschließen mit der Golden Diegel. Traumstack gestorben. Lass mich schauen. Ja, hat er. Gut. Ich hab gesagt, ihr beiden seid die Letzten mit Malte. Na dann. Sein Malte ist schon irgendwo tot und du bist der Letzte. Nein. Ich wurde angeschossen eben gerade von der Golden Diegel. Das glaub ich nicht. Vielleicht hast du ja dabei erschossen. Ich hab zwar geschossen, aber ich hab nicht gewusst, dass es die Golden Diegel ist die er hat. Der hat einfach Kill eingegeben und dann. Das war der erste Gedanke von mir. Hier ist es offen. Da ist offen. Hier. Ist bestimmt da unten drin. Ist zumindest hier lang gegangen. Wo? Da nicht durchgehen. Da ist es vorbei. Also da hinten, dann bist du im Aufzug drin. Der Aufzug fährt gerade. Ach Luke. Ach ja. Ich hab das C4 wohl zu lang gestellt. Oh Mann ey. Nein. Ich muss doch Leder geben. Malte, du sagst, du hast mich getötet. Ja. Ja. Ja.